Hallo Freunde, da sind wir auch wieder bei einer neuen Folge, den Sims 4. Und warum ich so komisch rede, das weiß ich auch nicht. Jo, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich mach's einfach. Ich find's cool. Ja, okay. Ich glaub, dir muss ich mal den Bob ein bisschen hochkriegen hier. Hier mal seine Wünsche dann erfüllen. Kann man mir ein bisschen vorspulen. Bis die mal so fertig sind. Mir fehlen da übrigens noch so 500 Punkte. Was hat man denn hier? Jemanden umarmen. Genau, umarmt die doch mal. Flirten, 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 flirten. Mehr Auswahl. Freundlich. Äh, mehr Auswahl? Mehr Auswahl. Romantik. Ist jung am drin? Blablablablablablablablablablablablablablabla. Blablablablablablablablablablabla. Tichtelmächtelbä. Was mein ich damit? Ich hab auch schon lange nicht mehr gemacht. Tichtelmächtel. Ja, komm. Auf geht's, Freunde. Lass mich nicht hängen. Lass mich nicht hängen. Aber, sorry, ist zensiert. Nicht jugendfrei. Gucken wir mal, ob der Postbot irgendwo da ist. Nicht jugendfrei, Freunde. Nicht jugendfrei. Seid ihr fertig? Seid ihr fertig? Seid ihr fertig? Hier, hoch. Wie wegwerben. Buch analysieren. Ja, sie ist jetzt kokett. Nee, verspielt. Jemanden bedrängen. Hier, schelmisch sein. Green flirten. Ich muss aber immer ein bisschen irgendwo hochgehen. Spars sich irgendwas mal oben. Okay. Was ist hier los? Kannst du dir mal ein Kompliment machen? Nein, nein, nein. Mach mal hier ein Kompliment. Kompliment machen. So. Genau. Und du hast, glaube ich, immer noch frei. Aber, ja. Du hast frei. Das ist gut. Kannst du mal hier Pipi machen. Und, ähm, eine frische Dusche nehmen. Und was machen wir mit dir? Ist ja hier der Chefkoch. Ja, genau. So soll man ein Gericht nehmen, aufräumen und kannst du auch mal hier, äh, Frühstück servieren. Das klingt mal ganz gut. Spinat Fritata. Ist ja auch mal so eine Idee, oder? Spinat Fritata. Äh, ja. Wabarani, Zimse, Fahyumi, Joss Foxy, Shabini, Woundpick Shiamat. Wie können wir ihn kennenlernen? Gehst du auch? Blablablabla. Neutrale Spielerswahl. Freundlich. Beste Freundin werden. Was ist das kaputt? Was ist das kaputt? Was ist das kaputt? Was ist das kaputt? Hat sich doch gerade so angehört, ob was da kaputt gegangen wäre, ne? Ja. Ja, das macht man nicht gleich alles. Ja, freudig. Ich muss irgendwie noch ein, äh, Dings auftreiben. Äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo war denn das Baumenü immer? Baumenü. Galerie öffnen, herunterladen, ne, das wollen wir nicht, ähm, Baumodus. Ja, so eine Hütte will ich mir auch mal irgendwo holen, aber, ne, jetzt nicht im Moment. Was holen? Also, äh, hier, verschiedenes Klavier. Ne, ich weiß, wie wir das machen. Ist egal, ich weiß, wie wir das machen. Also, das ist cool, da sind wir wenigstens noch ein bisschen draußen. Hast du das mal geduscht? Okay, gut. Lass dich schon mal hin. Wie geht's mit dir aus, mein Freund? Ja, da fehlt noch ein bisschen was. Genau, essen wir noch ein bisschen. Sorry. Nehmen wir auch mal noch was zu essen. Bisschen Apapa. Oh, 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 oh. Und dann haben wir hier. Freuen wir mal alles ab, was wir hier haben. Mehr Auswahl. Coquette Romantik. Können wir mit dir mal Aussehen machen. Oh, du. Geiles Honigkuchenpferd. Also, deine Schnute ist so geil. Oh, ja, oh. Du, du küsst mich so, als ob mich ein Pferd treten würde. Oh, ja, oh, ah, oh. Und deine Zunge ist so, oh, ah, ja, oh, ah. Auswahl. Romantik. Sportkönner schauen. Du Ripple. Oh, okay, sogar als gleichzeitig. Werdisch. Zuneigung ausdrücken, machen wir auch mal. Grineya. Grineya. Oh, Fliess. Flirten. Wir sind brave. Ja, ja. Darpsa. Darpsa. Mua. Mua. Wat? Du siehst so aus wie mein Silberner Mülleimer? Was ist da los? Das geht ja gar nicht. Oh, ja, wie du Kaus. Oh, ja. Wo machst du die... Die, 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 die backen so dicke und so. Ja, oh, du siehst aus wie so ein Mopschen. Oh, ja. Oh, ja. Ja, hier. Oh, ja. Deine Hände. Die sind so groß wie Handschuhe. Ewige Liebe erklären. Oh, ja. Mh. Oh, ja. Komm. Ey. Hast du gelangweilt? Nigi geladen. Was ist los? Schreib's rein. Komm. Auf Sportkönner gucken. Ja, okay. Ich glaube, auf dem Rückweg von der Arbeit fährt Green erst mal zum beim Ikea vorbei. Ich kusuchen. Komm, wir werden die Brauze machen. Komm, wir werden die Brauze machen. Und den ganzen Spaß verdirbt. Jetzt mal kurz Pipi machen. Komm. Ich komme hier. Jo, 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 jo. Komm. Energie geladen. Schönmisch sein. War schon von mir Idee. Oh, ja. Ich bin mir lebe. Mir vales. Großes, surrealisches, äh, also surreales Gemälde fortsetzen. Ja, mit der könnte ich jetzt drin. Machst du, äh, Green? Äh, du musst mal noch, ähm, Green. 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 Pepe machen. Duschi, duschi. Wenden. Ähm. Nachdenkliche Dusche. Eine erfrischende Dusche. Da hast du wieder ein bisschen leicht Energie geladen. Das ist dann sehr, sehr gut. Ja, aber ich finde hier den Müll nicht. Das ist ja das ganz Kuriose. Achso. Die Toilette ist dreckig. Oder auch nicht. Yo, Zip. Beliefer. Green muss uns ja gar nicht schon noch auf die Arbeit. Ja, dann kriegen wir den auch immer noch fit. Energie geladen. Und und und. Topfit. Reif sich. Die Welt zu erobern. Oder auch nur einfach einen guten Tag abzuliefern. Ich rede Müll. Aber es interessiert die keinen. Qualität ausgezeichnet. Können wir mal ein bisschen Kassel reinzukriegen hier. Bei ihr. Green. 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 Das ist auch Energie geladen, ne? Zu mir. So, nach hier in den Tag fahren. Komm. Ich stelle noch meine... Punkte sucht, ne? Oh, ho. Let me know. Nein. Äh. Sollen wir jetzt hier? Quakett werden. Ja, wir gehen leider noch nicht ins Film in das Studium. Die Bilder verwerfen genauer Siebenhalter am Bild. Und beste Freunde werden. Natürlich wollen wir beide beste Freunde werden. Okay, doch nicht. Keine beste Freunde. Ja, komm Zoe. Hau mal hier ein paar Meisterwerke raus. Warte jetzt. Hey, du, lass dich doch nicht hier ablenken. Komm, mach dein Bild hier fertig. Selbstsicher. An Sammler verkaufen. Ja. Aber hier ein selbstsicheres Gemälde. Mal sehen, was da alles rauskommt. Vielleicht kriegen wir ja doch noch ein Meisterwerk raus. Wir brauchen mal ein bisschen Kohle in Kassel. Das sieht irgendwie komisch aus. Da haben wir die gleichen Bilder. An Kunstgalerie verkaufen. Komm. So haben wir zu Computer zu spielen. Oh ja. Hier. Noch mal eins. Ich hatte ja ein bisschen Kohle zusammen. Das ist ja wie eine Gelddruckmaschine. Hm. Ich glaube, ich musste mal mit Greenpaar, ähm... Wieso? Uh. Gut. Ach, sie hat ein Päuschen verdient. So. Kannst du mal das hier essen? Ist das mal... Äh, die ist ja nur darum zocken oder so im Internet rumgabbeln. Die ist ja schlimmer als ich. So. Und dann, weißt du, was wir da machen? Dann machen wir. Was machen wir? Jo. Komm mal rüber. Das ist ja auch, glaube ich, neu oder so. Aber, okay. Kommen wir mal vorbei und hängen mal da drüben ab. Küstensitz. Alles klar. Schöne Wohngegend. Antio anklopfen. Machen wir doch mal. Was ist denn da los? Ich habe schon fast gedacht, das ist für den Garten. Aber hier, die Hütte ist eigentlich ganz cool. Komm rein. Komm rein. Und machen wir hier. Wir werden da einblenden. Wo bin ich jetzt gelandet? Hallo, warum bist du denn traurig? Wieso bist du traurig? Ach so. Reparieren, komm. Dui, wo bist du denn? Ich bin da etwas leicht irritiert. Jetzt, komm. Reparieren wir da hier ihre Burg. Dann ist sie wieder glücklich. Ja, komm. Wir werden auch die Burg reparieren. Dafür ist es gekommen. Kapau. Jo. Reparieren wir hier die Burg. Die Dusche ist eigentlich auch gar nicht mehr so schlecht. Die Badewanne. Wie ein Champignon an Pieseln. Bist du ihr Held? Vom Adperfeld. Kannst du mal dann auch über Farbtheorie reden? Nur eine Erwachsene. Und dann redet die... Okay. Okay. Okay, okay, okay. Ich glaube, hier werden wir mal... Die Wände sind eigentlich... Was ist denn da los? Ist die da der Müll? Karine Poppenspiel? Nee. Nehmt ihr die Poppeln in die Hand? In den Mund, meine ich? Ja, Poppeln in die Hand. Komm. Komm mal hier. Komm mal hier. Komm mal hier. Tja, hier. Kalusma geht ja auch schon richtig gut hoch. Jetzt wird auch bald da gepackt. Ist ja auch so eine Zockerin, so wie ich eine feste Geschichte erzähle. Freundin. Jo. Ja, das ist genau der Meinung. Best Freundin. Unglaubliche Geschichte erzählen. Ja, die Cops. Ich habe auch noch Probleme mit den Cops und so. Ja. Das müssen wir festzunehmen. Das sind Explosionen. Ja, genau. Immer wenn ich Pups explodiere. Das finden die Cops gar nicht lustig. Da hast du noch einen von Lama. Jetzt habe ich Hunger, wenn ich an Lamas denke. Nein, ich habe Angst vor Ansekten. Ja, und vor Fliegen. Fliegen wir mal auf den Teller vor meine Käseplatte. Ja, ich würde am liebsten mit dem Motorrad überfahren. Ja, oder so offen. In der Gewitterwolke. So wie Tor. Ja. Aber dann als Rache fliegen sie mir immer in die Kaffeetasse. Ja. Was, was? Ich. Schmerz! Ja, ja, ja. Der Green, der beste Mann und so. Ja, voller Loverboy. Ja, 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 ja. Ja, geht voll ab und so. Ja, ja. Ja, 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 ja. Ey, was ist los? Was geht mit der ab? Die hat doch eins. Da machen wir jetzt. Und jetzt weint die oder was? Komm, einmal reparieren. Das war Wasser nur 12, aber... Jo. Jo. Die hat wirklich erst eine 12. Oh, das Ding kaputt. Ich bin so bekloppt und darüber rede ich jetzt mal. Oh. Palingo. Palingo. Wo bist du denn jetzt noch nicht hin? Ich würde sagen, geh jetzt nach Hause. Wie immer. Der Mann wartet. Tag war lang genug. Ich kann aufbauen. Wäre nicht gar nicht mehr so. Was kann man denn da machen? Das Malerei, Videospiele. Ja, das ist eine super Fähigkeit. Jo. Tschöö. Jogs aber jetzt nicht nach Hause, oder? Wo wohnt ihr denn eigentlich? Doch, die Joggenhause. Okay, doch nicht. Alles klar. Was für ein Tag. Aber die ist doch voll bekloppt. Ja. Wo ist der Mann? Hallo? Kannst du das noch essen? Haha, das ist ein Nerf. Zum Essen rufen? Ja komm, du könnt die beide mal so so essen. Na? Ja, so einfach ist es erledigt. Hm. Verfügbarer Urlaub. Drei Tage. Wow, der hat jetzt Urlaub. Was? Äh. Isst doch mal. Hä. Kannst hier ihr mal ein Kompliment machen. Der besten Frau der Welt. Ja, ich weiß was wir machen, aber morgen nehmen wir einen schönen Tag. Äh, einen schönen Aufflug. Hallo? Willst du hier miteinander? Oh, hoho. Hey. Brugge Hey, puh. Ohne Dings sieht's ein bisschen komisch aus. Ich sage, ohne die Wände. Wenn da die Dings hier bloß verhängen. Urlaub? Nee, Essen. Gehen Sie mal Essen. Während Sie essen, reden Sie übers Essen. Sehr schön. Gucken, bei ihr. Ja, bei ihm muss ich dann auch mal auf die Pipi-Box. Ja, ich mach Judo. Wir dürfen es so. Gucken, wie viele Tage habe ich denn eigentlich wieder jetzt hier? Gucken, wie viele Tage haben wir hier. Simulubi, Simul Patel. 20 Tage, ja, das krieg ich zusammen. Alles ist immer hier, ne? 600, ja, das geht schon immer gut. Was macht Sui? Sui tut zocken. Beide wollen zocken. Geht aber nicht. Du gehst mal Pipi machen. Verwenden. Außerdem, wie viel... Besser finden. Beide sich mal zusammen hinsetzen. Hm. Gucken die, was romantisch ist, jo. Die gucken, was romantisch ist. Oder auch nicht. Reparieren. Freund, reparieren, 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 reparieren. Hm. Dann sollte ich eigentlich mal mit ihm mal wieder ein bisschen Sport machen. So, aber ich würde erst mal sagen, Freunde, das ist, äh... Hä? Ich überziehe immer so lange. Ich würde da nicht immer nur 20 Minuten aufnehmen, weil ihr das immer Probleme habt mit dem Download. Auf YouTube. Ja. So. Very big problem mit YouTube. Ähm. Ich würde erst mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis bald. Tschö mit Ö.